Und deswegen habe ich auch einen Ausflug gebucht für morgen und zwar geht es zu den Highland Games. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus Schottland, direkt aus Edinburgh. Und für diejenigen, die es noch nicht wissen, ich mache hier gerade mein Auslandssemester. Ich studiere in Deutschland internationale Betriebswirtschaft und da sind zwei Auslandssemester mit drin. Ein Auslandssemester in der Uni und ein Auslandssemester in einem Unternehmen irgendwo im Ausland. Ich bin jetzt schon seit ein paar Wochen hier und es macht einfach so viel Spaß. Ich habe schon so viele nette Studenten kennengelernt, habe mich schon so oft mit denen getroffen. Wir sind so oft unterwegs und machen was miteinander. Ich hatte jetzt auch gestern hier ganz viele Leute da, um was zu trinken und es macht einfach echt so mega viel Spaß. Seit ich hier angekommen bin, verliebe ich mich jeden Tag immer mehr in diese Stadt und es will einfach nicht aufhören. Ich finde es so wunderschön hier, gemütlich, die Leute sind freundlich, es ist wunderschön, alles, ja, das ist einfach so positiv. Und was ich besonders cool hier finde, ist, dass die Tradition hier so bewahrt wird. Also es ist ganz egal, wo man hingeht oder was man anschaut, jedes Haus, jede Straße, jede Ecke in dieser Stadt hat irgendetwas zu erzählen, hat irgendeine Geschichte. Und das finde ich so, so mega cool. Es hat irgendwie so einen richtigen Flair. Hier gibt es auch noch ganz, ganz viele Schotten, auch die in meinem Alter, die hier einfach im Kilt rumlaufen und es sieht einfach so cool aus, weil es hier so hinpasst. Oder die Straßenmusiker, die haben alle hier ihre Backpipes, ihre Doodle-Sack dabei und machen hier Straßenmusik. Ich finde das so genial. Und deswegen habe ich auch einen Ausflug gebucht für morgen und zwar geht es zu den Highland Games. Yay! Ich freue mich so riesig da drauf, so richtige schottische Highland Games. Hier waren das ja die schottischen Clans, die gegeneinander gespielt haben und ich bin mal mega gespannt, wie das morgen wird und was ich da alles sehen werde. Ich finde das so cool. Ich freue mich. So, bevor es morgen losgeht, mache ich mir jetzt auf jeden Fall noch was zum Essen mit. Ich mache mir einfach so einen Bagel. Oh, hier gibt es die an jeder Ecke und ich finde die so mega lecker. Mit Frischkäse, Käse, ein bisschen Tomate, ein bisschen Salat. Ich weiß eben nicht, ob es dort was zum Essen gibt und ich will nicht das Risiko eingehen, dass ich danach stehe und Hunger habe und nichts zu essen da habe. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Deswegen habe ich sowieso immer einen Müsli-Riegel in meiner Handtasche und für morgen den ganzen Tag dann eben auch einen Bagel. Das finde ich immer ganz gut. Die Bagels hier sind einfach so mega lecker. Ich muss euch das mal zeigen. Ich glaube, sowas haben wir in Deutschland gar nicht, oder? Ich weiß nicht, ob man das jetzt so erkennt, aber die haben so eine feste und irgendwie auch ein bisschen klebrige Konsistenz. Hört sich jetzt ein bisschen eklig an, aber ich finde das so mega lecker. Das bleibt sogar so ein bisschen an den Zähnen kleben, wenn man es isst. Aber ich mag solche Sachen vor. Das ist nicht für jeden was, aber die sind so lecker. Besser als jedes andere Brot. Vor allem das, was man hier finden kann. Also, wer hier richtig deutsches Vollkornbrot sucht, das wird schwierig. Aber eben, das ist wenn, dann immer nur so helles Toastbrot oder ja, alles irgendwie so Toastbrotartig, weich und leicht. Aber so Bagels sind eigentlich ganz cool. Tada! Sieht ja nicht lecker aus. Oh, yummy! Den packe ich jetzt in den Kühlschrank und morgen in meine Handtasche und dann kann mir nichts mehr passieren. Ich werde mich jetzt auch gleich schon ins Bett machen, denn morgen geht es richtig früh los. Ich muss ganz früh aufstehen und dann zum Kapus fahren. Dort treffen wir uns. Und deswegen geht es jetzt ab in die Falle. Gute Nacht! Guten Morgen! Oh, heute ist es soweit. Es geht zu den Highlight Games. Ich freue mich. Ich bin jetzt gerade an meinem Kaffee dran. Oh, ich bin so müde. Ich habe irgendwie so schlecht geschlafen heute Nacht, weil die über mir irgendwie um halb zwei ungefähr nach Hause gekommen sind und dann hier voll die Party gemacht haben. Und die dachten, oh nein, bitte nicht. Aber gut. Wird sich, glaube ich, nach dem Kaffee bessern. Mein Brötchen habe ich ja auch schon. Mein Bagel, der kommt gleich in die Handtasche. Und dann mache ich mir noch die Haare und dann geht es los. Ich freue mich schon voll. So. Das wird jetzt in die Tasche gepackt. Jetzt geht es los. Es geht los. Es geht los. Es geht los. Ich brauche einen Schal. Ich glaube, es soll regnen. Voll blöd. Ich möchte einmal Glück und es wird doch schönes Wetter. Ich nehme lieber mal einen Regenschirm und alles, alles Mögliche mit. Dann bin ich abgesichert. Und los geht's. Ich kann einfach nicht verstehen, wie die Leute hier im T-Shirt und in einer kurzen Hose rumlaufen und mir ist so schweinig kalt. Der Bagel hat ungefähr eine halbe Stunde überlebt. Es ist angekommen. Es ist total cool hier, nur leider ist die Sonne gerade weg. Und wenn die Sonne weg ist, ist es recht kalt. Aber zumindest regnet es bisher noch nicht. Hier sind auch überall Stände. Also man kann Sachen gewinnen, essen, trinken. Hier gibt es alles. Total cool. Von Cappuccino, bitte. Das ist ein Hybridfilm? Ja. Danke. Das ist ein Riechel, bitte. Ein Traum wird wahr. So viele Süßigkeiten. Und das ist ein Riechel, bitte. Das ist ein Riechel, bitte. Und das ist ein Riechel, bitte. Und das ist ein Riechel, bitte. Das ist ein Riechel, bitte. Das ist ein Riechel. Das ist ein Riechel, bitte. Das ist ein Riechel. Das ist ein Riechel. Das ist eine große Portion. Schaut euch das mal an. Oh, so lecker. Und Leute, jetzt guckt mal. Dudelsack-Ohringe. Schaut euch das mal an. Wie cool ist das? Wie cool ist das? So, ich bin wieder zu Hause und es war ja einfach mal so mega cool. Ich war jetzt gerade noch eben eine Milch kaufen im Laden, weil ich keine mehr habe. So extra in den Laden gegangen für eine Milch für 1 Pfund und 10 Pents. Ich bin Platz im Kühlschrank. Wo soll ich die nur reintun? So, aber jetzt. Also es war auf jeden Fall mal richtig spannend, das zu sehen, wie die richtig schottischen Highland Games ablaufen. Auch wenn ich es mir ein bisschen anders vorgestellt habe. Ja, ich hatte mir irgendwie vorgestellt, dass es ein bisschen organisierter wäre und ein bisschen mehr wettkampfartig. Weil das war halt irgendwie so, dass man da zugeschaut hat. Und dann ließen zum Teil viele Sachen gleichzeitig. Also dann hat ein Fahrradrennen gestartet, dann haben die Mädels auf der Bühne getanzt. Nebenan haben sie die Steine und die Baumstämme geworfen und du wusstest gar nicht, wo du hingucken sollst. Aber an sich war das mal mega spannend, das zu sehen. Das Wetter war immer so ein bisschen wechselhaft. Mal kam die Sonne raus, dann war es richtig schön. Dann hat es wieder angefangen zu nieseln, halt ganz typisch. Und uns wurde dann irgendwann so kalt. Das war trotzdem richtig cool. Man hat also mal wirklich gesehen, was schottische Highland Games sind. Und das fand ich schon echt spannend. Also die richtigen Schotten mit ihrem Outfit zu sehen, wie die diese 70 Kilo Baumstämme da werfen. Das war schon echt sehr bewundernswert. Und auch die Mädels, wie sie tanzen, das mal zu sehen. Oder auch verschiedene Bands, sagt man Bands? Oder verschiedene Gruppen mit den Dudelsäcken, mit den Backpipes. Dann gab es Weitsprung, Hochsprung. Also meine Kommilitonin meinte irgendwann, das erinnert sie so an die Bundesjugendspiele. Und dann dachte ich echt, ja stimmt, hat voll was von den Bundesjugendspielen. Cool, das mal erlebt zu haben, echt. Jetzt bin ich nur ein bisschen später zu Hause als erwartet, was gar nichts macht. Aber wir standen ewig im Stau noch und das war ein bisschen blöd. Und gerade haben mich noch ein paar Kommilitonen gefragt, ja komm ich nachher noch mit feiern. Und ich nur so, oh nee, ich habe echt keine Lust mehr. Der Tag war irgendwie so spannend und so aufregend, dass ich jetzt einfach nur müde bin. Und ja, die Studenten, die gehen halt hier echt jeden Abend feiern gefühlt. Aber ich bin heute definitiv raus, gucke jetzt noch ein bisschen Fernsehen. Zum Essen mache ich mir nichts mehr. Ich habe ja die fette Portion Fisch in Chips gegessen, die ich zwar nicht ganz aufgegessen habe, aber es war einfach so fettig. Also echt, wenn man so mit der Gabel in den Fisch gegangen ist, dann so... Könnt ihr euch das vorstellen? So dieses Fett so... War richtig lecker und einfach typisch halt für ihr, aber... Oh, ich bin immer noch satt. Deswegen mache ich mir jetzt vielleicht noch Tee oder so und dann... Hab in die Haie. Also auf jeden Fall ein richtig schöner Tag. Ich bin froh, dass ich dort mitgegangen bin und das mal erlebt habe. Und ich glaube, sowas vergisst man einfach nie wieder. Wenn man sowas mal erlebt hat, das bleibt einfach für immer. Und deswegen, finde ich, sollte man sowas auch immer mitmachen, wenn man die Chance dazu hat. Lernt einfach so viel dabei und... Oh, das sind einfach tolle Erfahrungen. Oh, ich erlebe hier jeden Tag irgendwas Neues. Und das ist einfach so cool. Das macht so viel Spaß. Oh, ich bin jetzt schon traurig, wenn es vorbei ist. Nee, aber ich gehe jetzt ins Bett und wünsche euch eine super gute Nacht. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.